Ich bin echt platt. Das war genug Rap für einen Tag. Wir können auch in meinem Bett schlafen. Meine Eltern sind nicht zu Hause, wenn du verstehst. Wow! Dein Bett ist so bequem. Ist das nicht wahr? Warte, ich komme auch ins Bett. Du kannst echt süß sein, weißt du das? Ach so. Dein Bett ist so bequem. Dein Bett ist so bequem. Traum, Pico. Wir wollen alleine sein. Ich wollte nur Boyfriend herausfordern. Er ist aber jetzt bei mir und hat keine Lust. Mach dich bereit für deine Niederlage. Komm schon. Echt jetzt? Letztes Mal habe ich dich gewinnen lassen. Dann mache ich dich jetzt eben doppelt fertig. Ich mache euch beide fertig. Oh, was ist das für ein Ort? Ich werde die Boyfriend-Lead diese werfen. Boyfriend? Hallo? Oh nein. Ein hässliches Monster. Bleib weg von mir. Du gehst besser zurück zu deinen Rainbow-Friends. Wir freuen dich nicht bei uns. Aber ich will doch nur euer Freund sein. Oh, das Monster wird sie essen. Ich werde mich nicht bei uns. Oh, das ist für ein Ort. Ich werde mich nicht bei uns. Ich werde mich nicht bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, Figge, gib mir fünf. Komm her, Kumpel. Kissy, aber... Hey, was ist mit dir, Kissy? Warum rührst du dich nicht? Kissy, bitte, verlass mich nicht. Ich brauch dich doch. Kissy, ich liebe dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was war das? Keine Ahnung. Was geht, Laute? Hey, Grün, wie bist du so stark geworden? Ja, berate dein Geheimnis. Oh, ihr wollt das auch, solche Muckis? Ja! Dann müsst ihr nur immer euer Gemüse essen. Komm schon. Ich weiß nicht. Probieren kann man ja. Grünzeug ist gut für euch. Ich bin grün und hab das Zeug. Ich bin grün. Ich bin grün. Ich bin grün. Ja, dass du sag一見. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020